Steife Bewegung, Gelenkschmerzen. Viele Menschen kennen die Zeichen des Alterns, aber gibt es auch irgendeine Möglichkeit gegen den Alterungsprozess entgegenzuwirken? In diesem Video möchte ich Ihnen ein ganz wichtiges Protein vorstellen und zwar Kollagen. Viele Menschen haben wahrscheinlich schon einmal gehört, dass Kollagen sich sehr positiv auswirken kann zum Thema Faltenbildung, aber auch zum Thema Gelenkschmerzen. Aber was ist wirklich da genau dran? Das möchte ich in diesem Video einmal genau unter die Lupe nehmen und Ihnen die neuesten Studien zu dem Thema vorstellen. Und ganz zum Schluss möchte ich Ihnen einmal von AVEA den Kollagenaktivator vorstellen, weil er wirklich extrem innovativ ist im Vergleich zu normalen Kollagenprodukten. Und es gibt viele spannende neue Fakten dabei zu entdecken. Also bleiben Sie dran bis zum Schluss. Um zu verstehen, warum Kollagen überhaupt so extrem wichtig ist, müssen wir erst einmal verstehen, was Kollagen überhaupt in unserem Körper überhaupt macht. Kollagen ist das häufigste Protein im menschlichen Körper und macht 30% aller Proteine aus und ist der Hauptbestandteil von Haut, Gelenken, Sehnen, Bändern und sogar Knochen. Es verleiht unserem Gewebestruktur, Stabilität und Elastizität. In unseren Gelenken bildet Kollagen die Grundlage für unseren Knorpel und sorgt letztendlich dafür, dass die Knochen nicht aufeinander reiben und dadurch Gelenkverschleiß entsteht. In unserer Haut sorgt Kollagen letztendlich dafür, für die Spannkraft, für die Elastizität und für die Feuchtigkeit. Und je höher der Kollagengehalt ist in der Haut, desto jugendlicher und straffer wirkt auch damit die Haut. Doch das Problem letztendlich ist, ab dem 25. Lebensjahr schon produziert der Körper immer weniger Kollagen. Und ab dem 60. Lebensjahr ist es dann so, dass wir nur noch die Hälfte vom Kollagen haben, wie als wir jünger gewesen sind. Und das führt letztendlich dazu, dass die Haut schlaffer ist und weniger straff, gleichzeitig aber auch zu Arthrose und Gelenkverschleiß und damit auch zu den Symptomen wie Schmerzen etc. Auch hier setzen Kollagenpräparate an, aber nicht alle wirken gleich. Und ich möchte Ihnen einmal vorstellen, was die Studienlage zum Thema Kollagen jetzt sagt. Hier setzen auch Kollagenpräparate an, aber nicht alle wirken gleich. Was sagt die Wissenschaft wirklich zum Thema Kollagen? Das ist wirklich extrem spannend. Als erstes möchte ich Ihnen eine Studie aus dem Jahr 2019 vorstellen, die ich einmal hier einblenden werde, aber auch unterhalb der Videobeschreibung verlinken werde, wo Sie gerne einmal reingucken können. Und zwar zeigt die, dass bei den Patienten, die Kollagen supplementiert haben, die Schmerzen sich reduziert haben und auch die Gelenksteifheit und dementsprechend die Symptome einfach nicht mehr so ausgeprägt waren. Eine zweite Studie, die auch sehr wichtig ist zum Thema Faltenbildung, die zeigt auch, werde ich hier auch einmal direkt einblenden, dass die Fragmentierung der Haut, das heißt der Zerfall der Haut um 44,6% verringert wurde im Vergleich zu einer Placebo-Gruppe. Und gleichzeitig zeigt die Studie auch bei zwölfwöchiger Anwendung, dass die Hydration der Haut um 13,8% gesteigert wurde und die Elastizität um 22,7% gesteigert wurde. Dementsprechend zeigen die Studien, dass Kollagen bei Gelenkschmerzen helfen kann, indem Kollagen die reduzieren kann. Wichtig dabei ist natürlich auch immer auf das Alter zu achten, dementsprechend wenn Sie jetzt beispielsweise 70, 80 Jahre alt sind und schon sehr stark ausgeprägte Arthrose haben, dann wirkt es natürlich weniger, wie wenn Sie 40 oder 50 sind und beginnende Arthrose haben. Das macht natürlich nochmal einen riesengroßen Unterschied und selbstverständlich auch auf die Haut, auf die Elastizität, weil die natürlich auch ab dem 25. Lebensjahr auch, wie gesagt, weniger Kollagen produziert wird vom Körper. Dementsprechend wenn Sie jetzt 30, 40, 50 sind oder beispielsweise 70 oder 80, dann macht das natürlich auch nochmal einen riesengroßen Unterschied bei der Kollagen-Supplementierung. Dementsprechend das Alter ist dann natürlich nochmal Ausschlaggebend. Jetzt möchte ich Ihnen gerne einmal meine Erfahrung vorstellen und zwar mit dem Kollagen-Aktivator von der Firma AVEA. Ich habe den für insgesamt einen Monat getestet und mir persönlich hat es sehr gut gefallen. Ich habe persönlich noch einen Unterschied gespürt in der Elastizität und Spannkraft meiner Haut. Vielleicht haben Sie es auch im Laufe der Videos mitbekommen. Und ein Nachteil von diesem Produkt meiner Meinung nach ist, dass das ein bisschen metallisch schmeckt und dadurch dementsprechend nicht ganz so leicht ist runterzubekommen. Aber es hält sich wirklich in Grenzen. Wenn man beispielsweise Sprudelwasser verwendet oder beispielsweise es im Quark macht oder Joghurt, dann ist es halt schon deutlich leichter auch einfach zu konsumieren. Das Besondere an diesem Produkt im Vergleich zu anderen Produkten ist, dass es den Kollagen-Typ nicht nur Typ 1 und 2 aktiviert, sondern halt alle 28 Kollagen-Typen im Körper und die meisten anderen Kollagen-Produkte fokussieren sich halt einfach nur auf den Typ 1 und 2 und dieses Produkt auf alle 28. Und der ganz, ganz große Vorteil ist halt auch noch von diesem Produkt, dass das per Studien wirklich basiert ist und nicht nur einfach ein weites Kollagen-Produkt auf dem Markt ist, sondern das Produkt wurde von Wissenschaftlern an der ETH in Zürich getestet und die Ergebnisse sind sehr, sehr gut. Und dieses Produkt zeigt, dass es viermal effektiver ist wie andere Kollagen-Produkte und dementsprechend ist da schon das Ergebnis überwältigend. Zusätzlich enthält es auch Vitamin C, was einfach die Kollagen-Produktion noch zusätzlich verbessert und auch die Aufnahme von dem Produkt. Gleichzeitig ist es auch so, dass es vegan ist und damit die körpereigene Kollagen-Produktion deutlich stärker anregt. Wenn Sie Interesse an diesem Produkt haben, können Sie gerne einmal unten in die Videobeschreibung reinschauen. Da ist ein Affiliate-Link von mir und auch ein Gutschein-Code. Damit können Sie das insgesamt 15% günstiger bekommen und wenn Sie das über meinen Link bestellen oder den Gutschein-Code, erhalte ich auch eine kleine Provision. Das möchte ich hier einmal ganz transparent Ihnen auch mitteilen. Wenn Sie noch Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie das gerne einmal unten reinschreiben. Ich bin gespannt, das zu lesen. Wenn Ihnen das Video weitergeholfen hat und Sie das interessant fanden, dann geben Sie dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich auf Ihr Feedback und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Video wieder vorbeischauen. Bis dahin. Tschüss.